tach schön friedchen von team hellfisch das bin ich und wir machen weiter mit horizon forbidden west es ist schön das jedes mal wieder zu sagen auf jeden fall haben wir letztes mal ein rennen gewonnen aller need for speed und jetzt stehen wir wieder vor so einer drohnen geschichte auf die ich drauf springen soll ich verstecke mich lieber erst mal und ich schätze mal dass ich da oben drauf muss vielleicht muss ich aber erst mal diese biester erledigen wie sie erledigen ist immer dann gut wenn man teile braucht und teile braucht man immer also versuche ich das mal schmeckt er schlabbert gut ja ich könnte drauf springen oder kann ich auch da drauf springen das sieht auch nicht schlecht aus da oben na ich glaube ich bin rot das heißt er weiß wo ich bin oder weiß es nicht was bist du denn so so Du spuckst Säure? Oh, das hat nicht besonders wehgetan. Wo bist denn du jetzt? Den müssen wir erst mal scannen. Schwach gegen Säure. Ups. Vielleicht nehm ich doch mal ein paar Säurepfeile. Ich nehm mal so ein Sprengpfeil hier. Aufs Maul. Boah, der tat weh. Ich find nicht so richtig ne Schwachstelle. Ich find nicht so richtig ne Schwachstelle. Wow. Mann. Der hat aber ganz schön, äh, kann der was einstecken. Nutzen wir die Zeit um Pfeile zu bauen und gehen mal auf etwas stärkere. Gut. Da kommen wir nicht hin. Weidechse. Brauche ich für Taschen. Chocwalla. Ne, warte, wir machen erst noch mal eine Analyse. Ne, warte, wir machen erst noch mal eine Analyse. Was einfangen? Ne, warte, wir machen erst noch mal eine Analyse. Und tschüss. Das hat ja mal gar nichts gebracht. Ah, der war gut. Das hat ja mal eine Analyse. Pfeilebau, kommst du hier auch wieder raus? Da meinst du, willst du raus? Das hat ja mal eine Analyse. Boah, der hat gesessen. Was war das? Oh, jetzt muss ich alles wieder von vorne machen. Vielleicht versuchen wir einfach mal zu schleichen. Obwohl, wenn ich da dran springe an die Drohne, dann wird es schwer da unten. Hm. Hm. Eventuell kann ich mal den Hügel versuchen da. Was bist du für ein Vieh? Schwein. Ja, das sollte gehen. Dann versuchen wir es mal auf die Gefahr hin. Oh, so viele Echsen hier. Jetzt zielen. Nur Fleisch, was man braucht sind aber andere Teile. Okay, da kann ich hin und drauf springen. Habe ich vielleicht auch die Gelegenheit abzuhauen ohne Kampf. Ich könnte wo rauf fettern, um auf die Drohne zu springen. Wer lebt noch? Du gehörst mir. Ab nach unten. Geschafft. Jetzt her mit den Daten aus der Drohne. So. Dann muss ich mich gar nicht mit denen anlegen. Das ist sehr schön. Die ganzen Maschinen eingesetzt haben. Seht ihr? Nach einem Fail. Man muss nicht immer kämpfen. So. Wo sind wir da? Wir haben die Feuer in der Umgebung. Ja, würde ich sagen, machen wir die beiden Sachen hier, ne? Erstmal versuchen wir es dahin. Um zu speichern. Ups. Irgendwie habe ich gerade keine Lust mehr auf Kämpfen. Das Vieh war ganz schön stark da hinten. Was ist denn das für ein Rebellenlager? Gehen wir da zuerst rein. Aber wenn ich das gemacht habe, die beiden Sachen, dann gehe ich nach Norden. Gucken wir uns das mal an. Jetzt gehen wir aus dem Weg da. Ja. Eine Ruine der alten Welt. In den Felz gebaut. Was da wohl drin ist? Oh, Grünglanz. Ich sollte mich mal umsehen. Ja, das ist wohl wahr. Das solltest du. Kann ich da hoch? Wenn ich da rüberkledde, komme ich vielleicht an den Grünglanz ran. Ja. Komme ich da durch? Ne, natürlich nicht. Ach, das hätte ich mir auch sparen können. Was ist das? Was ist das? Ein Relikt. Okay, da muss ich hin. Daran. Eine Metallblume. An den Ranken komme ich nicht vorbei. Am besten lasse ich es erstmal. Ja. Okay, vielleicht muss ich auch von oben rein. Sind da Löcher? Ohne einen Weg an den Ranken vorbei kann ich nichts tun. Ja, ja, ja. Ich weiß. Ich komme später wieder. Wirklich? Ich muss hier rein? Okay, dann kommen wir einfach später wieder. Dann war das eben mal für die Katz. Ja, da oben ist noch ein Dings, äh, ein Fragezeichen. Gehen wir da mal hoch? Vielleicht verbirgt sich da ja doch noch ein Eingang, aber im Zweifelsfall ist es einfach nur ein neuer Ort. Ah, ist auch noch ein Berg drin. Ah, hier ist ein Loch. Eine große Wand aus Metall. Oder ist es eine Tür? Und dann kann man sich wieder. Man kann nicht rein! Okay, das geht jetzt gerade wirklich nicht. Was haben wir hier oben noch? Da sind noch Löcher, aber das scheint wirklich nur weiterzugehen, wenn ich diese Ranken kaputt machen kann. Also, werden wir uns mal um das hier kümmern. Kann man machen, erstmal runterfallen, um dann wieder hochzuklettern. Schauen wir uns das mal von oben an. Also von ganz oben. Ich könnte Schockmunition benutzen. Könntest du, wirst du aber nicht, weil ich mich kenne. Boah, der ist aber heavy da. Ist das der Anführer? Ja, scheint so. Dann nehmen wir jetzt mal hier so ein paar Jägerpfeile oder so, die hier. Was haben die für einen Schaden? 64. Ja, die sind gut. So, meine Freunde. Dann kann es jetzt langsam losgehen und dann nehmen wir das Nest aus, aber nicht mehr heute. Ich danke euch fürs Zuschauen und ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder mit dabei, wenn ich die hier mal alle platt mache. Könnte natürlich den einen oder anderen Fail geben. Wer Spaß daran hat, sollte unbedingt dabei sein. Also, danke euch fürs Zuschauen. Bis dahin, euer Frisian. Tschau. Hier kommt der Pain.